So, jetzt berichte ich mal aus Frankreich. Und zwar, das ist zwischen Dian und Vici. Wunderschöne Landschaft. Und hier, das sind also so weiße Rinder, die da überall rumlaufen. Das ist hier auffällig. Genau, ansonsten habe ich auch schon getankt. Und das geht super mit dem Mastercard. Und genau, jetzt fahre ich einfach mal weiter.